Hallo zu Backen und Kochen mit Stefan. Diesmal wieder ein leckeres Low Carb Frühstück und zwar ein Omlet mit Tomate und Fetakäse. Dafür benötigen wir Basilikum, Tomate, Fetakäse, Eier, Salz, Pfeffer und ein klein wenig Olivenöl. Zuerst schlage ich die Eier auf, gebe da rein etwas Salz und Pfeffer. Mit dem Salz ein bisschen vorsichtig sein, da im Fetakäse eigentlich schon genug Salz drin ist, also nicht zu viel Salz. Dann filetieren wir unsere Tomate, also das Flüssige, das Kerngehäuse raus und schneiden das Fruchtfleisch in kleine Würfel. Die geben wir dann mit zum Ei. Dann etwas Olivenöl in der Pfanne erhitzen und das Ei dazu und bei niedriger Temperatur garen. Die kurze Zeit, die es dauert, bis alles warm ist, können wir schon mal das Basilikum fein schneiden. Ist unser Öl schön warm, aber nicht zu heiß, geben wir das Ei mit den Tomaten dazu. Und wenn unser Omelette langsam anfängt zu stocken, schneiden wir unseren Fetakäse in kleine Würfel, vermischen es mit dem Basilikum und verteilen es auf dem Ei, also auf dem Omelette. Dann alles, ja, bei niedriger Hitze, 5, 6, 7 Minuten, je nachdem wie lange es dauert, stocken lassen. Ja, und dann ist es eigentlich schon fertig. Nach knapp 8 Minuten ist mein Omelette fertig. Wer nicht zu lange warten möchte, der kann es natürlich auch in den Backofen geben und da kurz überbacken, damit es von oben schneller durch ist. Ich gebe es jetzt auf ein Brettchen, schneide es an und vor allem werde ich es probieren. Mein Low Carb Omelette mit Tomaten und Feta. Ich glaube, man kann auch sehen, wie es dampft. Es ist sehr, sehr heiß, aber lecker, wirklich lecker. Lohnt sich nachzumachen, tolles, leichtes Frühstück. Ja, jetzt bleibt mir nur noch anzurichten und dann werde ich es natürlich verputzen. Ich hoffe, ihr macht es mal nach. Schaut auch mal nach meinen anderen Videos. Es gibt auch noch andere Low Carb Gerichte. Es gibt aber auch viele andere Videos, also es lohnt sich bestimmt. Schreibt mir Kommentare. Ich antworte auf alles. Versprochen. Ja, liked mich, teilt mich auf Facebook und anderen Plattformen. Abonniert mich hier bei YouTube, freue ich mich besonders drüber. Dann bis zum nächsten Mal. Lasst euch das schmecken. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.